Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wollen wir mal über die Top 3 Aktien im Monat Juli sprechen, die aus meiner Sicht aktuell sehr kaufenswert sind. Hier haben wir wieder einen Mix aus Dividendenaktien, Wachstumsaktien und Reads. Also ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Über ein Like und über ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Vor allem starten bald meine Gewinnspiele, bei denen ich Aktien unter meinen Abonnenten verlose. Also seid auf jeden Fall mit dabei und abonniert meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Bevor wir starten, das ist natürlich alles keine Anlageberatung und handelt sich nur um meine eigene Meinung. Wer hier selbst investiert, sollte sich vorher die Aktie nochmal genauer anschauen. Aber los geht's mit dem Video. Aktie Nummer 1 ist Prologis. Prologis investiert in Logistikhallen und ist seit 2022 der größte Industriereit der Welt mit mehr als 5000 Gebäuden. Die Aktie hat seit ihrem Alltime High wieder ordentlich Federn lassen. Das lag vor allem an der Zinsphase, in der wir uns aktuell befinden. Aber diese sollte bald vorbei sein. Und dann ist Prologis eben wieder ein sehr interessantes Unternehmen mit ordentlich Potenzial. Und aus meiner Sicht ist dies auch eben aktuell noch nicht mit eingepreist. Wie wir hier sehen können, die letzten sechs Monate ging es fast 17% nach unten. Und da Prologis eines der größten Reiz der Welt ist für eben Industriehallen, bin ich auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, dass dieses Unternehmen sich wieder fangen wird. Vor allem, wenn wir uns hier einmal die Kennzahlen anschauen, dann ist das Unternehmen auf jeden Fall sehr solide bewertet. Aber wenn wir eben auch davon ausgehen, dass eben die Zinsphase, in der wir uns aktuell befinden, wieder eben rückgängig wird und eben die EZB, wie sie es ja auch jetzt schon gemacht hat, die Zinsen weiter senken wird, dann ist Prologis eben ein gutes Unternehmen, in das man investieren kann. Wie gesagt, es hat zwar ein KGV von 33, aber das ist eben in diesem Sektor relativ normal. Und wir können uns auf jeden Fall einmal die Dividenden ein bisschen genauer anschauen. Und dieses Unternehmen ist eben auch entsprechend darauf ausgelegt, eine gute Dividende auszuschütten. Wir sehen hier, dieses Unternehmen hat seit 1999 Dividende ausgeschüttet. Und das wird sich in den kommenden Jahren auch definitiv nicht ändern. Und wie wir auch hier sehen können, seit 2013 wurde die Dividende eben immer solide gesteigert. Und das wird auch als Prognose definitiv die nächsten Jahre so weitergehen. Also wird Prologis definitiv ein gutes Investment sein in den nächsten Jahren. Hier muss man natürlich eben auch abwägen, wie sein eigenes Portfolio aussieht und eben was für eine Strategie man verfolgt. Aber für Dividendeninvestoren definitiv sehr interessant. Auch die Analysten gehen hier eben von einer sehr guten Prognose für das Unternehmen aus, wobei ich ehrlicherweise auch natürlich sagen muss, dass man von diesen Prognosen nicht viel halten sollte. Denn gefühlt wird jede Aktie auf Kaufen gestuft. Aber hier kann man eben auch schön sehen, dass, wie gesagt, die meisten Analysten eben davon ausgehen, dass das Kursziel sich im Bereich von 131 Dollar bewegt. Und das wäre eben ein Potenzial von 19,5%. Das würde ich natürlich nicht zu hoch gewichten. Aber es ist auf jeden Fall ein erster Indikator dafür, dass das Unternehmen eben ganz gut bewertet ist und man hier vielleicht auch einsteigen kann. Und wenn man Prologis am Ende auch noch mit eben dem S&P 500 vergleichen möchte, dann sieht man eben, dass Prologis tatsächlich auch über die letzten Jahre eine stetige Outperformance des S&P 500 erreichen konnte. Wie wir hier natürlich sehen, hat der S&P 500 eben diese Outperformance wieder eingeholt und steht jetzt in den letzten sechs Jahren bei 101%, während Prologis nur bei 71% steht. Aber dennoch war Prologis eben im Jahr 2022 definitiv viel, viel höher bewertet als der S&P 500 und konnte diesen erfolgreich outperformen. Und ich gehe auch davon aus, dass eben Prologis das die nächsten Jahre wieder schaffen könnte. Das nächste Unternehmen, was wir uns einmal anschauen wollen, ist Accenture. Accenture ist ein IT-Beratungsunternehmen und ist eben im Sektor der Technologie beziehungsweise der Industrie von IT-Services angelegt. Wie gesagt, Accenture ist ein Riesenunternehmen und ist auch definitiv sehr solide, wenn wir uns die letzten zehn Jahre anschauen. Das Unternehmen konnte konstant wachsen und hat aktuell fast mehr als 600.000 Mitarbeiter, was wirklich enorm ist. Aber das Unternehmen ist natürlich auch auf die IT-Beratung spezialisiert. Das bedeutet, hier sind Mitarbeiter nämlich auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir davon ausgehen, dass eben der Digitalisierungs- und IT-Trend sich weiter so entwickelt, ist Accenture auf jeden Fall gut aufgestellt. Denn die meisten Unternehmen brauchen eben, was die IT betrifft, definitiv Unterstützung. Und das bietet eben Accenture auch an. Wie wir hier sehen können, hat Accenture ordentlich federn lassen in den letzten Monaten. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ging es in den letzten sechs Monaten 13% nach unten. Und aus meiner Sicht befinden wir uns jetzt in einer Zone, in der eben Accenture wieder relativ interessant wird. Mit einem KGV von 28% und einer Dividendenrendite von 1,68% ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr solide. Es schüttet eben auch nicht zu viel Dividende aus. Aber wir können uns hier einmal auch die letzten Dividendenausschüttungen anschauen. Und hier sehen wir eben, wie konstant das Ganze auch abgelaufen ist. Also Accenture hat auch wirklich seit 2011 ihre Dividenden konstant gesteigert. Auch während der Corona-Pandemie, was ich wirklich sehr, sehr stark finde. Auch die Analysten gehen hier eben von einem 15%igen Kurspotenzial aus. Wie gesagt, hier sollte man natürlich nicht zu viel reininterpretieren. Aber dennoch für mich ein wirklich guter Kauf zu einem sehr fairen Kurs aktuell. Kommen wir nun zum nächsten Unternehmen, was ich aktuell kaufen würde. Und das ist eben Paycom. Paycom ist ein Anbieter für Softwarelösungen, fürs Personalmanagement. Also quasi alles das, was eben Lohn- und Gehaltsabrechnung beinhaltet. Aber eben auch die Zeiterfassung und das Recruiting. Paycom verdient durch ein Abo-Modell, was eben durch die Anzahl der Mitarbeiter abhängig ist, ihr Geld. Der Aktienkurs vom Unternehmen sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Wenn wir uns die letzten drei Jahre anschauen, ist der Aktienkurs um mehr als 61% eingebrochen. Das lag aber vor allem an den Wachstumsraten, die aktuell nicht mehr so erreicht werden wie in den vergangenen Jahren. Das ist aber generell bei Wachstumsaktien ein gängiges Problem. Wachsen die Unternehmen eben nicht mehr so stark, fallen die Aktien direkt um mehrere zweistellige Prozentpunkte. Zudem lag es auch daran, dass Paycom eine neue Software vorgestellt hat, mit der die Gehaltsabrechnung eben komplett fehlerfrei automatisiert werden soll. Hier ist eben das Problem, dass Paycom davor noch von diesen Fehlern eben profitieren konnte. Daher ist auch die Aktie hier nochmal stark gefallen. Aber selbst wenn man beim Unternehmen nur, wenn wir pessimistisch sind, um 10% Wachstum ausgehen, dann muss man sagen, ist die Aktie dennoch mit einem KGV von 17 sehr, sehr günstig. Andere Unternehmen der Branche haben KGVs von 26. Bedeutet, wir haben hier eine wirklich gute Wachstumsaktie, die extrem Federn lassen hat und wenn das Unternehmen sich wieder fängt, auch durchaus starkes Wachstumspotenzial mitbringt. Wie gesagt, das Unternehmen schüttet aktuell keine Dividende aus. Daher brauchen wir uns die Dividenden hier nicht anschauen. Aber wenn wir uns die Analysten bei Paycom angucken, dann sehen wir eben, dass die meisten Analysten hier eben nicht von einem sehr steigenden Kurs ausgehen. Dennoch, ich bin hier eben anderer Meinung, wenn wir eben davon ausgehen, dass diese sich fangen, können sie wieder wirklich extrem gute Rendite erwirtschaften. Und von daher habe ich hier keine Bedenken. Ich werde das Unternehmen auf jeden Fall auf meine Watchlist packen und hier vielleicht die eine oder andere Position aufbauen. Mich würde vor allem aber auch interessieren, welche von diesen Aktien ihr aktuell interessant findet und wo ihr vielleicht selbst auch zuschlagen würdet. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als erfolgreiches Investieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!